So, da sind wir wieder, nach einer kleinen Pause. Viele von euch haben schon gehofft, die kommen nicht wieder, aber falsch gedacht, da sind wir wieder. Diesmal starten wir mit einem kleinen Malheur. Der eine oder andere von euch wird es direkt erkennen. Christopher hat versucht, beim Friseur gewesen zu sein und das ist nicht so schön gelaufen. Immer noch besser als Rocco's Friseur, so würde ich sagen. So, ich bin dick, mach nichts. Hier kommen die Tipps. Tipp-Weltmeister. Sportwettentipps, Analysen, Coaching. Dann beginnen wir mal mit der Partie Darmstadt gegen Mainz. Ja, Darmstadt, wer hat es vorher erwartet? Darmstadt ist ein ernstzunehmender Gegner, macht sich besonders gut gegen die Großen, wie man gesehen hat. Gegen Dortmund 2 zu 2, wer hätte das getippt? Sogar noch in Führung gegangen? Ja, also ganz ehrlich, ich hätte es nicht erwartet. Ich glaube, keiner von euch und auch das Unentschieden schien nicht wirklich sicher, sondern eher der Sieg für Dortmund. Nichtsdestotrotz treffen sie jetzt hier auf Mainz. Mainz hat zwei Niederlagen in der Folge. Man muss natürlich sagen, die waren gegen Leverkusen und Bayern. Das kann man mal verschmerzen. Das sind große Gegner. Nichtsdestotrotz können sie drei Punkte wieder gut gebrauchen auf ihrem Punktekonto, um ein bisschen wieder ihre Plätze auszubauen. Alles in allem könnte es hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden. Wir glauben trotzdem, dass sich Mainz hier behaupten wird und nicht ohne einen Punkt weggehen wird, nach Hause fahren wird. Deshalb tippen wir eine doppelte Chance für Mainz und auf den Kick-Tipp-Schein nehmen wir ein 1 zu 1. Leverkusen spielt an diesem Wochenende gegen Augsburg und die englische Woche hat den Leverkusener Spieler sichtlich gut getan. Da hat man sich top präsentiert, ging richtig gut vom Platz und wir gehen auch stark davon aus, dass es an diesem Wochenende so sein wird. Denn man fokussiert den Platz 3, man will oben mitspielen. Bei Augsburg sieht es so aus, dass sie in den letzten Tagen Federn lassen mussten. Somit geht unser Tipp in die Richtung Leverkusen, Sieg Leverkusen in Sachen Kick-Tipp. 1-2 zu 0 wird angespielt. Berlin-HSV. Im direkten Vergleich haben die Berliner eine bessere Heimbilanz als die Hamburger auswärts. Man muss auch sagen, sie haben sich das letzte Spiel gut erkämpft. Die haben den Rückstand gewillt versucht auszugleichen. Das heißt, mit sehr viel Engagement haben sie versucht, das Spiel nochmal zu drehen. Haben dann ein Unentschieden geschafft. Hamburg hingegen, muss man auch sagen, haben mittlerweile zwei Siege in Folge auswärts eingefahren. Die Jungs machen sich ein bisschen. Das heißt, Auswärtstabelle Platz 5 spiegelt sich da gerade wieder. Nichtsdestotrotz, durch die verbissene Leistung der Berliner tippen wir hier ein Übergewicht der Berliner und würden hier ein Asia-Handicap 0 tippen. Und auf den Kick-Tipp-Schein nehmen wir ein 2 zu 1. Und mit Übergewicht kennt sich Christopher aus. So, Bayern spielt an diesem Wochenende mal wieder zu Hause. Ist überraschenderweise immer so, wenn das Oktoberfest zum letzten Mal läutet an dem Wochenende. Da sind wir übrigens auch am Start. Wer uns sieht, kann uns gerne eine Mass ausgeben. Wie dem auch sei, Bayern spielt zu Hause gegen Dortmund und das ist natürlich ein schwieriges Spiel. Wir sagen nach langem Hin und Her, Zick-Zack, aus die Maus, Bums, sagen wir Sieg Bayern, werden wir anspielen. Das Ganze mit einem 2 zu 1 in Sachen Kick-Tipp. Die Schanzer empfangen die SGE. Ja, auch Ingolstadt ist als 2. Aufsteiger ein ernstzunehmender Gegner, denn auch die machen sich gut gegen die Großen. Verteidigen ordentlich, spielen ordentlich in Fußball. Auch anders als erwartet für so einen Aufsteiger. Ja, Treffen hier auf Frankfurt. Ja, bei Frankfurt, was ist da los? Meier im Torrausch, wird er diesmal wieder treffen, zuletzt auch wieder getroffen. Allerdings hatten die Frankfurter in letzter Zeit ein bisschen Schwierigkeiten, ihre Form zu finden. Jedoch lassen sich davon nicht aus dem Konzept bringen, spielen weiterhin einen guten Fußball, versuchen es zumindest, laufen ordentlich auf. Und wir trauen den Frankfurtern hier auch mindestens einen Punkt zu, tippen deshalb doppelte Chance für Frankfurt. Und auf den Kick-Tipp-Schein nehmen wir 0 zu 1. Schalke darf an diesem Wochenende gegen die Geißböcke, richtig gegen den 1. FC Köln ran. Und bei Schalke muss man sagen, da spürt man gerade so ein bisschen frischen Wind. Der Sturm ist richtig top unterwegs. Wir gehen stark von aus, die bekleiden hier ohne wenn und aber die Favoritenrolle. Denn bei den Kölnern sieht es auswärts eher schlecht aus. Die letzten beiden Spiele hat man sich dort in fremden Stadien unter aller Sau verkauft. Naja, vielleicht ein bisschen betrieben. Man hat auf jeden Fall nicht punkten können. Und genau das prognostizieren wir jetzt an diesem Wochenende auch. Sagen deswegen Sieg Schalke voraus und das Ganze tippen wir mit einem 2 zu 1. Hannover 96 empfängt Werder Bremen. Ja, die Niedersachsen haben zuletzt nach langer Zeit mal wieder einen Punkt eingespielt. Man muss allerdings auch sagen, dass sie nicht unverdient gegen Wolfsburg einen Unentschieden geholt haben. Vielleicht lag es daran, dass es ein Nachbarschafts-Zuell war. Aber sonst, in der Regel, haben sie zuletzt nicht mehr wirklich überzeugt. Ja, Treffen hier auf Bremen, wie gesagt. Bei Bremen sieht die Tendenz oder die Bilanz an sich eigentlich auch nicht wirklich gut aus. In den letzten 7 Spielen haben sie 2 Siege nur eingefahren, 4 Niederlagen und davon 3 Niederlagen in Folge. Das sah zuletzt alles nicht wirklich gut aus. Und alles in allem betrachten wir das Spiel auf einem annähernd Augenhöhe oder auf einem Niveau auf Augenhöhe. Und nichtsdestotrotz sagen wir hier den Bremern eine kleine Chance. Ne, scheiße. Ja, doch, eine kleine Chance. Schwingt auch ein bisschen Hoffnung unsererseits aus Braunschweiger Sicht natürlich mit. Genau. Trauen wir denen einfach ein bisschen mehr zu und tippen deshalb eine doppelte Chance für Bremen. Und auf den Kicktippschein nehmen wir ein 1 zu 2. Gladbach darf an diesem Wochenende gegen die Niedersachsen ran. Richtig, wir reden hier nicht von Hannover, sondern von den Jungs aus Wolfsburg. Und Gladbach, denen hat die englische Woche richtig gut getan. Da konnte man 2 Siege platzieren. Wird aber in das Duell ein bisschen geschwächt reingehen, wenn man hat die Champions League vor der Brust. Man hatte die englische Woche zu verkraften, das wird ordentlich schlauchen. Aber fairerweise, bei Wolfsburg sieht es nicht besser aus. Die haben auch die Champions League zu verkraften, die hatten auch die englische Woche. Da ist generell ein bisschen dicke Luft. Wolfsburg könnte natürlich auch an den schlechten Dieselwerten in der Stadt liegen. Muss aber nicht nur daran liegen, sondern es liegt einfach daran, die stehen unter Druck. Die müssen punkten. Da wird man langsam unruhig, weil man sonst den Anschluss nach oben verliert. Und genau das ist der Grund, warum wir auch den Sieg der Wolfsburger voraussagen. Gegen Gladbach wird das natürlich kein Selbstläufer. Und somit tippen wir ein 1 zu 2. So, die letzte Partie auf unserem Schein ist Hoffenheim gegen Stuttgart. Ganz ehrlich, uns fiel es hier ein bisschen schwer, denn gerade auf beiden Seiten gab es bisher nur einen Mager im Saisonsieg. Schwer einzuschätzen, zumindest für uns war es so. Wir würden aber tippen, dass beide mindestens einmal treffen. Oder, weil wir den Hoffenheimern zu Hause ein bisschen mehr zutrauen, doppelte Chance für Hoffenheim. Und wenn es um den Kicktippschein geht, dann nehmen wir einen 2 zu 2 auf den Schein. So, das war es. Da sind wir wieder durch an dieser Stelle. Wir wollen nicht lange schnacken, denn wir müssen noch hoch. Wir müssen unsere Händen bügeln. Die Lederhose muss nochmal eingewertet werden. Ja, das Zweite lassen wir nur so stehen. Es geht nämlich, wie vorhin gesagt, ab zur Wiesn. Wer Bock hat, trifft uns an diesem Wochenende im Hackerzelt und schmeißt eine Runde Bier. So, sportfrei Jungs, viel Erfolg. Ciao. Tipp-Weltmeister. Sportwettentipps. Analysen. Coaching. Rab. Rab. Bare. Serie. runway. Charisma.